Der Attentäter der neuen Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker soll ein V-Mann des Verfassungsschutzes sein. Nach der Messerattacke, bei der die 59-Jährige schwer verletzt wurde, wurde bekannt, dass die Akte von Frank S. bei der Bundesagentur für Arbeit als geheim eingestuft worden sei. Die Grünen-Bundestagsfraktion fordert nun Informationen darüber, ob es Verbindungen zwischen dem Verfassungsschutz und dem Mann aus dem Kölner Stadtteil Nippes gebe. Frank S. war über Jahre in der rechten Szene aktiv. Untertitelung des ZDF, 2020